Musik Eigentlich ist sie ein ganz normales Mädchen, die 5-jährige Yara Iyana lebt in Westafrika und hatte ein ganz normales Leben, bis eine Fotografin Bilder von ihr postete. In kürzester Zeit gingen die Bilder um die Welt und sie wird auf Instagram als, schönstes Mädchen der Welt, gefeiert. Vergangene Woche erst veröffentlichte die Fotografin Mofi Bamuyeva Bilder des jungen Mädchens auf ihrem Instagram-Account. Mit ihren großen Augen und ihrer perfekten Haut löst das junge Mädchen schnell eine Welle der Begeisterung aus. Kommentare wie, einfach wunderschön, bis hin zu, es ist einach beeindruckend, wie schön sie ist, sammeln sich unter dem Bild. Viele Nutzer gehen so weit und betiteln die 5-Jährige als, das schönste Mädchen der Welt. Aber auch die Fotografin selbst scheint ganz angetan vom jungen Modell zu sein. Mit den Worten, sie ist wirklich ein Engel, betitelt sie das Bild von ihr. Wir sind vor allem eins, gespannt, wie die noch so junge Schönheit in ein paar Jahren aussehen wird. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt hier sehr sehr süreci. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.